Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittel-Rde 2. Ja, wieder in einem Ligaspiel und wieder ein Spiel, was ich potenziell verlieren könnte, wenn denn man sieht ja hier schon den Gegner, der Geo. Hallo Geo? Hallo. Ja, Geo nimmt übrigens auch bei sich auf, also könnt ihr auch mal seine Sicht dort sehen. Ich habe mir die Karte Tollfallas ausgesucht. Ja, mal andersrum versuchen. Verstecken gegen starke Gegner hat nicht so richtig funktioniert. Also versuche ich es mal, wo ich ein bisschen das Micromanagement minimieren kann. Vielleicht hilft das ja. Vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. So, okay. Ich drücke auf bereit. Ja, du drückst auf bereit. Ich drücke auf spielen. Ich werde mich dann wieder muten und zwar auch die Kopfhörer mit, so dass der Geo mich nicht hört und ich ihn nicht. Da braucht er sich nämlich nicht muten. Wenn was ist, kann er mir ja einen Chat schreiben. Aber wie gesagt, ich will ja nicht meine geheimen Taktiken verraten. Okay, so. Und damit habe ich schon verloren. Orcs. Ich hasse Orcs. Ha. Das ist, ähm, naja. Ich habe mir, äh, hätte ich, hätte ich Menschen bekommen, hätte ich vielleicht eine Chance gehabt. Aber Orcs, Leute, Orcs, Orcs. Arbeiter! Ich fasse Orcs. Ja, Höhlen-Trolle, könntest du mich mal im Ohr schlecken. Warum bin ich mal ausgerechnet? Oh, Orcs. Ich kann hier mal gucken, was er so hat. Diesen Guard. Aha. So, hier hinten baut er Dinge. Da. Ah, Rohstoffstatt, das ist gut. Ähm, gut zu wissen. Dann kann ich hier in aller Ruhe mal erstmal her. So. Dann kann ich erstmal hier ein paar rausholen. Das nächste, was wir uns holen, ist dieses Gebäude hier. Und, äh, dann vielleicht gleich, ähm, eine Schlucht hinterher für ein paar Trolleys. Ah, ich kann Orcs nicht. Das Auge beobachtet uns. Ich kann Orcs einfach nicht. Wie ärgerlich. Noch ein Gebäude fertiggestellt. Also, okay, Gebäude steht. Arbeiter! Äh, die sind gleich draußen. Macht, was euch befohlen wird. Aha. Noch mehr Ort, kreate sein. So, die sind hier. Ich hole mir noch ein paar. Das Auge beobachtet uns. Okay, okay, okay. Wir wären dann fertig. Ja, okay, weitere Dinge. Machen wir hier noch einen Gang hin. Die hier kann ich gleich mal hier reinschicken. Vielleicht hilft das ja was. Okay. Wir gehen ein bisschen vor. Äh, die werden, beziehungsweise ich werde noch nicht vorgehen. Äh, aus, äh, gründen. Ich werde erstmal das hier noch mit, äh, holen wir. Noch mehr Ort. So, holen wir noch ein paar Boogies. Noch ein Gebäude fertiggestellt. Arbeitet an eurer Einstellung. Okay. Äh, Boogies sind unterwegs, genau. Hier gibt es immer noch mal. Dann machen wir hier noch einen Gang hin. So, das müsste eigentlich von der Länge noch gehen. Vielleicht kriege ich auch hier noch einen da hin. Müssen wir mal gucken. Arbeitet an eurer Einstellung. So, Boot haben wir. Zum Ausbooten, sozusagen. Alles klar. Ähm, wir holen uns ein, äh, Dingenschiff. Ja, guck mal, was ich habe. Und, äh, wir laufen vor. Ja. Ähm, ich kann, glaub ich, hier nochmal hin. Ja. Nein, da kann ich nichts bauen. Ja, weiter, weiter, weiter. Das sind die Gebäude unserer Feinde. Sie haben es. Ah, dann weg damit. So. Mal gucken, was das bringt. Da sind sie. Es bringt natürlich in der Form nichts, wenn, äh, Viecher kommen. Noch ein Gebäude, was ich gezählt. Kann nicht erzählen. Oh, jetzt. Warte. Da sind doch mehr. Ja, ja. Ja, kriegt da hinten schon den, den Troll. Das ist okay. Kann man machen. Sammy. Kommt mal an. Gehen wir hier hinter. Yes. Ja. Ja, okay. Holen wir uns das hier. So, müssen natürlich nachproduzieren, wie die Wilden. Äh, bauen, äh, auch hier, äh, so hin. Und, äh, bauen. Einmal, äh, keine Spinngrube, sondern einen Trollkäfig hier hin. Ihr wisst, was zu tun ist. So. Äh, ihr Anderen, wo macht ihr hin? Genau. Geht erstmal hier das Ding hier hoch. Ähm. Er hat natürlich Lourdes schon. Wir könnten auch langsam mal unseren, äh, Lourdes hier raus holen. Äh, äh. Ja. So, dann holen wir uns das hier. Äh, ähm, gehen auf Lourdes. Ihr geht auf den hier. Holt euch das. Wir haben mehr Ohrkrieger. Okay. Wir haben mehr Ohrkrieger. Wir haben, ähm, hier nochmal einen rein. Wir haben eine neue Welt. Hier und hier. Äh, Gorkil ist irgendwann am Start. Äh, das hat leider nicht funktioniert. Wir gehen mit den Bogenschützen mal zurück. Wir haben eine neue Kluft gegraben. Wir können eigentlich mit allem zurück. So, Kluft haben wir. Äh, wir könnten hier hinten, äh, so. Ja, okay. Wir gehen hier hin. Holen uns mal einen Troll raus. Ja. Ja, die Bienen werden natürlich angegriffen. So. Hier müsst ihr ja eigentlich auch schon ein bisschen was drin sein. Ja, oh, 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 oh. Erstmal da. Äh, den gehen wir mal zurück hier. Den gehen wir mal zurück. Ja, den gehen wir mal zurück. Ja, la, 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 la. Okay. Äh, wir brauchen Nachschub. Wir brauchen Nachschub. Wir brauchen Nachschub. Wir können auch mal hier ausbauen. Das Land wird uns gehören. Was war das? So, okay. Wir ziehen uns wieder zurück mit denen. Sie greifen die Mine ein. Äh, und gehen, äh, hier mit denen hier langkampft ein bisschen vor. So. Nicht stehen bleiben. Haben hier drin, haben hier drin. Äh, hier, äh, sind immer nochmal Leute. Okay. Ihr fallt zurück. Vorwärts. Noch mehr Ortenkrieger. Zerwann, geh! Okay, das war ein Fehler. Von Geo, sehr schön. Wir gehen, äh, weiter vor. Bevor wir uns diese schmelzen rufen. Ja, wollen wir uns nächsten Höhlen-Troll hier weiterholen, da weiterholen. So. Den Troll holen wir mal raus hier. Äh, den haben wir nicht rausholen können. Äh, ist aber nicht so wild. Wir machen mal hier. So, ähm, Gott, hier gehen wir auch zurück. Äh, wir, äh, machen hier, wir machen hier. Äh, wir machen gerne noch eine weitere Orte. Wir machen mal so. Ich weiß, ich weiß. Ja. Ja. Aber den, der geht hier drauf. Äh, äh, äh. So, okay. Du kannst eigentlich wieder zurücklaufen. Du brauchst, äh, die Frau erstmal nicht. Äh, so. Äh, okay. Dann hier. Dann hier. Äh, der macht. Äh, okay. Dann, äh, gehen wir mal hier hin. Äh, äh, okay. Wir können auch mal ein Stück zurückgehen. So. So, Gebirgsrolle haben wir schon mal ein paar. Äh, okay. Luf zurück. Luf zurück. Weiter, weiter. Und du gehst mal auf normal. Ich höre. Vorwärts, los. Lalalala. Und, äh, vorwärts. Ja, geh hier hin. Ja, äh, weiter vorwärts. Okay, so weit, so gut Du gehst wieder da drauf Ja, sehr schön Dann ruf da Während ihr eigentlich hier weiter auf den hier schießt Nicht scheißt, sondern nur schießt So, ähm, ihr hier Du da, du dort Du dort Du dort, du dort Ja Ja, okay, geh du mal wieder zurück Den Troll hat es leider erwischt Ist aber nicht so wild Ja Okay Äh, wir müssen hier Nachschub machen Äh, so, und, äh, so Und, äh, so Ja Okay Hier geht wieder zurück Lölölö So, die Halbtrolle Äh, wir müssen hier unten noch welche haben, ne? Jawohl Äh, mit denen gehen wir vor Äh, den hier, äh, der kann, äh, gerne mal eine Spinnengrube noch mit hinbauen So, hier haben wir Hier haben wir, hier haben wir Hier nicht Hier haben wir auch Können wir gleich mal zwei machen So Äh, okay So, weiter vor Wir haben 410 Ruhestufen Das reicht noch nicht, um den nixen Hilfen zu wursteln Äh, ist aber okay Wir gehen mal hier vor Eigentlich könnten wir mit denen halbrollen Mal hier lang Äh, solange er nix hat Dann dürfte das kein Problem sein Äh, während das hier eigentlich domen müsst Ihr geht hier hin So So Oh, da hinten ein paar, äh, Kursaren Ist aber okay Ähm, die werden gleich verschwinden Ähm, er baut schon wieder auf hier kräftig So Wir haben den nächsten Höhlen-Troll Ähm, dann passt das So Hier bauen wir auf Hier auf Wie lange sind die noch? Die dürften gleich weg sein Okay Das dürfte nicht mehr reichen Ähm, die Spinnen sind auch da Wir bauen hier wieder hin Mach dich nützlich So Und äh, gehen jetzt mal zu her Ähm, so Und dann nochmal so So, okay Wir könnten eigentlich mal, äh, hier Ein paar Kursaren noch mit holen So Hier Oh, gefallen, gefallen, gefallen Äh, holen wir neu Und äh, dann weiter vor Der Troll kümmert sich hier rum So Okay Während du mal das geholt So Und das hier Äh, so Und wir holen uns natürlich ein Katapultschiff Und das hier mal Einfach mal mit So nebenbei Ja So, okay Den Troll weiter Hier rauf So, hier läuft der da Ähm, mit dem Äh, laufen wir mal den Lot entgegen Okay, haben wir Ja, Lot Der Forst muss fallen Den haben wir Ähm, gehen wir mal noch an das, äh, Düngeran hier Um die, äh, komplette Dinge Oh, er ist nicht geflüchtet Sehr schön Das heißt Juhu Ich kann echt Gegen Geo gewinnen Noch sieht's gut aus für mich Ähm, äh, da Ja Wow Ja, okay Dann holen wir uns mal das hier Ja Und dann Po gegen die Festung So Was haben wir noch schönes an Fähigkeiten Äh, den Wächter im Wasser können wir uns einfach mal klallen Äh, Krallen Äh, bauen natürlich hier trotzdem weiter aus Ich müsste jetzt auch irgendwann mal, äh, neue Dinge ins Bauen Könnten wir eigentlich auch mal machen Hier, äh, wo ist es? Äh, das sind die Gebäude auf der Feind Noch ein bisschen näher vielleicht Hier so Äh, äh, sie Na ja Oh, guck mal einer an Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Alles klar Äh, verstehe, verstehe, verstehe Okay Na dann, äh, matschen wir die hier so weg Dann müssen wir einfach hier Na da Okay Okay Dann das hier So, ich kann hier auch, äh, weitestgehend, äh, äh, durch die Gegend schlachten Äh, und, äh, jetzt hier vorwärts Und gut Äh, wir haben hier weitere Wir haben hier, ähm, diese Kluft Die können wir mal ausbauen Für ein paar Geburtsriesen noch So, hier auch Ja Natürlich Wir gehen den hier gleich mal erstmal da drauf So So Okay Dann hier drauf Die Klifte erweitert Die Wien werden angegessen Ja, von hinten kriege ich jetzt was rein Äh, also, okay Warte mal, äh, von hinten Äh, dann können wir ja was geht Unternehmen Das machen wir nur mal so 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 Und hier geht auch mal hier runter So Okay Und jetzt auf der Festung Es dürfte fast gewesen sein Hier hinten ist noch was Okay Äh, hier hin Festung ist auf jeden Fall Platz Äh, und, äh, ja Er schreibt schon GG Coole Sache Okay Hat auf jeden Fall mein Plan funktioniert Wie es aussieht Das wird mein zukünftiger Plan sein Dummerweise habe ich schon viele, äh, gegen, äh, Dingels gespielt Äh, okay Noch, oder irgendwo Hatte er irgendwo, ähm, hier Irgendwo irgendwas hier Äh, oh Gott Äh, wir müssen uns mal ein bisschen hier auf die, äh, Dingels umgucken So Transportschiff Äh, alle mal rein da Irgendwo hat er noch Achso, da in der Mitte Höhö Äh, okay Dann, äh, los So So, du auch In die Mitte Aha Er hat also doch noch Obert Mhm Äh, ihr geht mal zurück Holt euch das Ding da hinten Bevor da, äh, irgendwas rauskommt Da Okay Äh, das ist, äh, achso Das ist von ihm erobert Äh, okay Dann holen wir uns das zurück Äh, das hier oben Ja Okay Das war's Puh Okay Äh, hörst du mich wieder? Ja Ja, puh Ja, ich hab ja schon chichi geschrieben Ja, ja, hat, äh, ja Auf jeden Fall, ähm Die Strategie scheint funktioniert zu haben Ja, halt Du hast halt direkt am Anfang gespammt Und ich hab mit diesem gerade halt am Anfang Nicht viel gehabt Und hab ein paar Microfehler gemacht Beziehungsweise Ich hab teilweise auf Sachen geklickt Und die haben sich einfach nicht Wunden einfach nicht angenommen Oh, äh, das ist doof In meiner Aufnahme sieht man dann Wie ich vielleicht 10, 20 Mal Auf den, äh, hier Von Lurz Diese Blutdurstfähigkeit klicke Und nichts passiert einfach Das ist ärgerlich Ähm, 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 welche Runde war das eigentlich? Aber da mal kurz Äh, äh, äh Neue Runde ist knapp 9 Äh, 9 Ich speichere es schon mal ab Ähm, Black Mask Geomongo Ich mein, du hast den Raum erstellt Eigentlich warst du der Host Äh, insofern, ähm, du müsste eigentlich Ich die Probleme gehabt haben Beziehungsweise hier höchstens Äh, im Spiel Ja, vor allem mit Schäfe gespielt Da war es auch so schon Hm, sehr merkwürdig Naja, ich sag mal so, ähm, möglicherweise hätte das dir trotzdem nicht geholfen Äh, 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 weil Ja, aber am Anfang waren irgendwie so Sachen, wo ich, äh, irgendwie, wo die irgendwie falsche Leute angegriffen haben Und dann war einer gestorben Ja, na, ich hatte am Anfang gesehen Du hast ja halt dann den Rohstoffstart gemacht mit Isengard Äh, und da dachte ich mir, okay, dann hab ich ein bisschen Zeit Kann da auch schon mal anfangen Äh, und, äh, ja, äh, hat scheinbar auch ganz gut funktioniert Äh, bin dann auch direkt vorgerückt Ähm, ja Die kleine Insel macht's halt wirklich leicht, äh, hier und da, äh, ein bisschen was zu machen Insofern, es wäre, wenn ich die Mittelinsel hab, wäre es für dich sowieso schon schwierig geworden Äh, noch großartig, äh, was, äh, zu unternehmen Allerdings, äh, wie gesagt, im Notfall Äh, hätte man noch fliehen können, dann hätte ich dich halt suchen müssen Aber das wäre vielleicht auch noch, äh, funktioniert Aber, ja, das hast du zum Glück nicht gemacht Naja So Das, äh, das ist okay für mich Ich, ich gehe damit Übrigens, äh, wie, wie lang war das? 16 Minuten? Ja, doch, also ich, ja, ich hab, ich hab, gegen Geo drei Punkte Yay So, sorry, ich freu mich grad ein bisschen Äh, war, war eine, trotzdem eine tolle Runde Auch wenn du ein paar Problemchen hattest Aber, äh, normalerweise, äh, kannst du die, äh, trotzdem gegen mich ausgleichen Wird sich ja wahrscheinlich dann im Rematch genauso machen Denn da hast du die Kartenwahl Und ich kann mir nicht mehr diese schöne kleine Karte aussuchen Ähm, gucken wir mal, wie es da läuft Ja, ansonsten, ähm, viele Grüße an die Leute bei Geo Und, äh, natürlich auch bei mir Schaut bei dem jeweils anderen mal vorbei Und, äh, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat Bis zum nächsten Mal, bis denne Tschüss. Ciao.